Hallo und herzlich willkommen in der Zirkonzentrale in Campbell, Kalifornien. Heute spreche ich über den Zirkon Metalliscanner MT7 Metalldetektor. Der MT7 löst das Problem der Ermittlung und Bestimmung von Bewährungsstahl in Beton. In einigen Fällen entfällt so die Notwendigkeit, ein teures Bodenradarunternehmen zu beauftragen oder ein kompliziertes Handradargerät zu verwenden. Mit dem MT7 können Sie Rohre und anderes Metall im Mauerwerk finden, den Nagelabstand unter der Oberfläche im Dackdeckungsmaterial messen und Betonplatten auf Metall überprüfen, bevor Sie dort sägen oder bohren. Der MT7 bietet zwei Scan-Modi, normaler Scan für bis zu 7,5 cm und Deep-Scan für bis zu 17 cm, metrische oder imperiale Tiefenanzeige, Eisen- und Nichteisenanzeige, eine Batterie- und Audioanzeige, eine Hintergrundbeleuchtung und eine praktische Schlaufe. Der MT7 enthält auch einen Drehgriff, der am Werkzeug angebracht werden kann, um Störungen zu vermeiden, die Bewegungsfreiheit zu verbessern und die Reichweite zu erhöhen. Für den MT7 ist eine vollständig geladene, brandneue 9 Volt Alkali-Batterie mit einem längeren Verfallsdatum erforderlich. So verwenden Sie den MT7. Schalten Sie das Werkzeug ein und kalibrieren Sie es in der Luft weg von allen Metallgegenständen. Legen Sie das Werkzeug dann flach auf die Oberfläche und scannen Sie von Seite zu Seite. Wenn Sie sich einem Ziel nähern, zeigt das Magnetsymbol an, ob es sich bei dem gefundenen Ziel um Eisen oder Nichteisen handelt. Die Tiefenbalken erhöhen sich, um die ungefähre Tiefe anzuzeigen. Auf dem Bildschirm wird ein großes Plus angezeigt. Wenn Sie anfangen, sich zu bewegen, verringern sich die Tiefenbalken und das Plus-Symbol ändert sich in ein Minus. Markieren Sie diese Stelle. Kehren Sie die Richtung um und scannen Sie von der gegenüberliegenden Seite. Erneut die Stelle markieren, an der sich das Plus in ein Minus ändert. Das Metallziel befindet sich zwischen den beiden Markierungen. Sobald ein Ziel gefunden wurde, scannen Sie senkrecht zum Originalscan. Wenn wir entlang des Zielobjektes scannen, sehen wir Balken mit konstanter Tiefe, die anzeigen, dass das Metall lang und dünn ist, wie Bewährungsstäbe oder Rohre. Stücke von Metallschrott oder Nägel hätten keine konstanten Anzeigen. Um eine genauere Tiefenauangabe zu erhalten, kalibrieren Sie das Werkzeug auf der Oberfläche neu, jedoch nicht in der Nähe von Metallobjekten. Durchsuchen Sie Beton, Trockenbau, Mauerwerk und andere nichtmetallische Oberflächen. Sparen Sie mit dem MT7 Zeit und Geld und verabschieden Sie sich von kaputten Bohrern und Sägeblättern. Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen.